so und hoch ja und jetzt will ich wieder raus jetzt sind da schon wieder zwei Früchte nach oben raus bitte meine Strecke schon ich diesmal sofort geschafft haben ja und hüpp warum bin ich jetzt hier hin ich stimmt hier war irgendwas mit 18 Briefkasten war erstmal ich glaube ich eine von 7 die Einladung muss ja zustellen er hängt hier immer nach unten ich hole mir die Werkzeugkiste dafür habe ich jetzt genug die Werkzeugkiste gehört Sandro dem Reparateur der Insel nehm ich schon da genau aber wer ist er wir Funguiden werden hier wie Bürger zweiter Klasse behandelt würdest du sagen dass du über solch ungerechtfertigten vorurteilen stehst ja ah sei ruhig ausgezeichnet also warum beweist du das nicht indem du uns hilfst klar wir haben versucht unsere Sporen zum Perfekt vor zu bringen wir glauben dass die Klippen über Mokuma perfekt werden hier nimm diese Sporen wir werden dich belohnen sobald du irgendwie ich mein sobald du sie gepflanzt hast sobald du sie gepflanzt hast ja das ist hier ok ah dieser Ort ist toll von hier aus können wir alles sehen was im Dorf so passiert aber es ist nicht wirklich was wir suchen wir brauchen mehr Feuchtigkeit verstehst du bitte pflanze unsere Sporen im Wald darunter an einer feuchten Stelle von der aus wir die beste die beeindruckenden Statuen bestaunen können na klar und ich nehm den hier gleich mit tja hi wo ich überall hinkomme ist ist schön und ich wollt die Werkzeugkiste upgrade liefern ich hoffe ich komm da hin wo ist der Tod sind drum aus hallo Postmeister Quark mach weiter so und fülle die Briefkästen du hast schon 10 von 30 Briefkästen auf der Insel gefüllt Quark ich habe den Island Express für dich aufgeräumt aber habe ich überfällige Pakete gefunden die liefert werden müssen das musst du dir aber selbst genauer anschauen Quark die verfälligen Pakete liegen auf dem Tisch im Island Express was sagst du mir hier da muss ich wieder hin aber erstmal mach ich hier fertig meine Werkzeugkiste ausgezeichnet bleib zurück ich reparier die Brücke die Brücke ist so gut wie neu versuch's doch mal natürlich führt dieser Weg ausschließlich zum Elfenbeingipfel da oben ist nichts außer Schnee und Weltraummönchen na da will ich hin ne neue Region und noch mehr Post kein Ausgang, ein Ei und tote Wesen nein nein schon wieder brüll hab bitte keine Angst ich bin hierfür nicht verantwortlich ich bin Stummelkopf Richter derer die zu klein sind um sich zu verteidigen um sich verteidigen zu können das Unglück stieg schnell zu eine böse Kreatur war unter uns bevor ich irgendwas tun konnte dann war da nur noch Dunkelheit als ich erwachte war ich fürchterlich verkrüppelt und hatte das Zeichen des Göttenwörders auf meinem Körper aber am schlimmsten die kleinen ich sitze nun hier und werde auf ewig um meine verlorenen Freunde weinen während mein zerbrochener Stamm voller Kummer verrottet nicht einmal die Sonne findet mich noch dieser Heines Firma von bösen Mächten verflucht nur der Kummer bleibt zurück doch ok da tut sie nichts ja komm ok ich werde einfach mal wieder runter und zu dieser Kugel da gehen und hier einfach weiter schubsen jetzt sagen wir nicht dass wir genau einen er fehlt um das zu kriegen ja gegettet hast du das zu kriegen das zu kriegen das zu kriegen okay gut jetzt habe ich das schon wieder gemacht also auch gleich die Kugel getrieben also flex die Kugel getrieben also direkt ja dann Was ist das, ein intaktes Ei? Zu wissen, dass zumindest einer der Kleinen kommen konnte, ist wie Sonnenlicht auf mein Kernholz. Du hast meinen uralten Dank dafür, es zurückgebracht zu haben. Ich werde meine ganze übrige Energie darauf verwenden, dieses Ei zu hegen und schlüpfen zu lassen. Und da war noch irgendwie ein Schrottkart. Oder so eine Brücke oder was auch immer. Nein! Okay, ich fall jetzt auf den Strand, oder? Ah, fast. Hi! Ich bin hier völlig falsch, ich war hier schon überall. Apropos, ich war hier schon überall. Äh, wieder verkehrte Tasse gerückt. Aber... Ach ja... Ach ja... Ach ja... Ach ja... Ich bin hier richtig, aber... Ich bitte geh gar nicht mal als Lederl da. Ah, ich bin hier ganz rein. ok ich dachte eben da wären noch früchte oder sowas und ich muss nur kurz vorbei wollen und was trinken und die shortcut hier nehmen ok wo will ich hin will ich wieder hoch ich bin da wieder hoch oder will ich erstmal hier irgendwie was gucken in den gärten komme ich irgendwie noch nicht hin da gucke ich mal nach ob ich die pakete kriege oh hey da komme ich wieder komplett runter ok ich will doch nur hier hoch und kurz ins passamt wegen der pakete ich habe aber noch keine 10 davon ich denke immer noch so rum ich muss da einzeln hinlaufen ok willkommen zurück postmeister die überfälligen pakete liegen auf dem tisch quark ja ist ja gut dass ich den ersten gleich besuchen kann wenn ich hier wieder runterfallen willst du mit mir sprechen oder die brücke ist so gut wie neu versuch es doch mal natürlich führt sie zu den schneemönchen ja bestimmt ich wollte da eigentlich zu den die brücke ding das ei wurde ausgebrühtet und aus ihm schlüpfte mampf die geburt des kleinen rackers hat mich wieder zum blühen gebracht bitte käfer akzeptiert ist als zeichen meiner dankbarkeit du hast eine kugel voller roter farbe bekommen sie sieht ziemlich makaber aus naja naja genau ich schleudere mich da hoch ist sinnlos das ist auch sinnlos gut dann kann ich ja wenigstens hier runter und den shortcut öffnen was aber der bringt nichts ich komme da nur von einer richtung ran ok ich bin ja trotzdem nicht falsch hier sondern liefern paket aus und ich treffe irgendwann das ding da oben nochmal die kunde noch weiter links noch weiter links noch weiter links ja dann los könnte ich bitte wieder runter muss paket aus liefern da ist sogar noch ein postfach egal kann ich irgendwie raussuchen oder so ich muss doch hier ein paket hinbringen da habe ich das statt schräg wo ist träg ja danke ein paket für träg tut mir leid träg wohnt nicht mehr hier ich glaube die alte navi draußen im riff ist ne träg verwandt vielleicht kannst du sie fragen wohin träg gezogen ist ok also dann noch weiter nach links hey träg sagst du hm der ist auf den elfenbein gipfel gezogen und die unteren hänge auf eine klippe neben der bruch geschaffbarium mine warum jemand diese sonnige küste verlässt um einen solchen ort zu ziehen ist mir ein rätsel hat echt ist holl 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 Bis zum nächsten Mal.